da muss ich nämlich nicht so viele selber bauen es fehlen nur die zwischensäulen stücke aber die kann ich ja bauen vier stück ich könnte sie auch aus tomalin bauen oder obsidian ob sie die an sieht eigentlich auch ganz schick aus da ist der ausgang für dich du hast ja eigentlich den ausgang jetzt muss ich nur die ganzen spinnen loswerden und mir die beiden tafeln anschauen und die ganzen eingesponnenen zwerge retten von daraus geht es dann hier rüber und da muss ich noch gucken dass ich noch tiefer kommen also ja erst mal die bedrohung hier ausschalten das ist nämlich sieht nämlich nach der größeren bedrohung aus so und weg ist die letzte spinne und der ausgang ein scharfschütze auch cool jetzt habe ich sechs militär zwerge und ja auf der tafel steht jetzt nichts mehr wahrscheinlich weil wir schon so viele angeditscht haben und ja du bist nur ein scharfschütze kein dings du noch habe ich jetzt gerade einen schützen erwischt ich hoffe es mal macht mal bitte hier unten auch noch alles platt ja dann geldruck karriere forschen der geht essen von mir aus das befreien wir hier einen ganz gewöhnlichen militär zwerg auch gut auf der tafel steht auch nichts wichtiges neues mehr geschrieben kämpfer du hast hunger du bist gut am aufleveln das sieht fast so aus als ob ich den troll bei den thronsäu erreicht hätte wenn ich muss ich wirklich noch da runter brudeln also das ist der zwerg hier ich frage mich wie fern er besser in seiner aufgabe wird wenn ich das dann erforscht habe ob er dann mehr schaden an den steinen äh an den blöcken macht aber ja der ort hier sieht wichtig aus das hier würde fast schon als thronsäu furcht gehen irgendwie aber hier ist auch nur eine tafel so schnappe ich mir die und noch dich und räume mal hier den thronsäu dran bei das sind ja zum glück keine starke spinnen nur level 2 spinnen und der hat die 2 gehen lieber essen okay hier ist auch nichts das heißt es geht nur noch nach unten ein schacht nach unten bitte so alle noch fleißig am trainieren so dann mache ich mal die säulen hier schön und erhöhe die effizienz der zwerge und noch ein stück säule so gut naja man hätte ich meinen können das hier wäre der trot saal warum ist hier ein gemälde mit einer spinne drauf ah das hier sieht auch fast aus wie der thronsäu wie ein thronsäu so 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 welchen militärzwerge lebe ich diesmal mit mit meinen neuen schildträger auf jeden fall dich dich und nehmen wir dich noch mit so 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 äh dann räumen wir hier auch alles frei bitte das wäre ein hübsches lager für mauerstein und titan die spiel ist da wohl irgendwie fest jetzt nicht mehr ja genau buddelt das mal aus ja du machst definitiv mehr schaden jetzt an blöcken blöcken ähm ja gut forschen wir mal in die richtung weiter so ne leiter nach da oben und ich bin glücklich so dann gucken wir mal was da drüben versteckt ist so wir brauchen neue trainings pumpen da am besten auch noch eine da ist nämlich platz für die eine wow wie die jetzt gerade abgehen beim abernten merke ich gerade die beiden arbeiter also ehrlich für was die für was die das upgrade mit dem düngestein so wie weit haben wir hier unten gegraben war schon ein stück dann gehen wir auch mal hier den weg hier rüber in den auftrag noch eine kleine noch ein kleines spinn ding hm 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 wie tief runter müssen wir bitte noch wie viel tief runter können wir eigentlich noch äh 47 okay wir sind jetzt bei 32 Ich hoffe bei nicht, dass das wirklich bis zu 47 runter geht Dich Ihr beide reicht eigentlich vollkommen aus Um die drei Level 2 Spinnen Auszumerzen Oh nein, dich werde ich definitiv nicht upgraden, weil Ich deinen Rumgeschrei nicht ertrage So, da drüben wird ausgebuddelt So, ich bin jetzt zurück zum König Wow, Titantron Selbst im schwersten Prinzenstand Okay Gut Das heißt, es geht jetzt hier runter Und hier rüber Und ja, eigentlich die ganzen Filter Mit den Spinnen draus Sprechen doch schon dafür, dass hier die Spinnenkönigin haust Oh ja, gleich ein Level ab Ja, noch einmal muss er buddeln Da drüben ist noch ein großer Raum Da unten gäbe es noch einen Raum So Sehr schön Sehr gut Maßstab Da drüben ist noch einen Raum Okay, weiter rüber Und da drüben ist noch ein sehr ал